Hallihallo, hier ist der Guzoa und diese Axe ist mit am Start. Moinzen Leute. Jetzt darfst du dir meine Base nochmal kurz angucken, aber ich will nicht zu sehr in... Too sexy. Ja, nee, nee, das muss auch nicht sein. So sexy ist es ja noch nicht. Aber guck mal, hier immerhin, muss ich sagen, ist der King immerhin auf 20 und die Queen wird jetzt auf 18 gemacht. Alter. Das läuft schon ganz gut. Nee, also das ist echt schon ziemlich geil. Na, guck mal hier, wenn man jetzt mal so reinguckt, Angriffslog jetzt, die letzten. Na, ist schade. Nee, da ist schon die Queen nicht mehr am Start. Von daher kann ich es jetzt nicht mehr sagen, aber doch, doch, das ging schon echt gut ab. Also, das war schon ganz nice. Ja, ich habe gerade kurz nochmal was zum Ansprechen, weil wir ja letztens ein Video gemacht haben zum Thema Erdbebzauber. Ja gut, ist schon eine Weile her, gell? Aber ich habe ja dafür ziemlich viel gefarmt und auch ein paar Gems ausgegeben, ne? Vielleicht hast du es ja mitbekommen. Ja, 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 klar. Und der Erdbebzauber auf Level 4 ist genauso scheiße wie auf Level 1. Ja, das haben die aber alle vorher gesagt schon, weil die Sache einfach die ist, es ist anteilig an den Mauern zum Beispiel. Warum kaufst du dir dann einen Erdbebzauber 4? Ja, weil es ja gut hätte sein können, eigentlich von den Prozenten her auch logisch, dass... Ja, ist wirklich so. Das haben auch manche in den Kommentaren vorgerechnet. Das war sogar richtig gerechnet. Dass es dann eigentlich so sein müsste, dass der Erdbebzauber auf Level 4, dass man eben nur noch drei Zauber braucht, aber man braucht halt immer noch vier. Ja. Was irgendwie ein bisschen Troll ist. Das läuft ein bisschen aus dem Ruder dann, ja. Ja, ich hätte dafür mindestens zwei Helden-Level gehabt. Ja. Schade, würde ich sagen. Inklusive Gems, die ich noch hätte. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Und bringt also effektiv gar nichts. Nö. Wo ist der Unterschied jetzt mal ganz blöd gefragt? Keine Ahnung. Naja, aber was zeigt er dir an? Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erdbebzauber anklicke, dann... Dann macht er zwölf Prozent auf Level 4. Zwölf Prozent verlorene Trefferpunkte. Also dann macht er ja schon mehr, aber... Er macht das Doppelte. Ja, ja klar. Aber das Doppelte reicht halt eben nicht. Aber stimmt schon, wenn man sagt... Ja, schade halt. Das ist komplett abgefuckt. Und das ist... Und jetzt ist die Sache die, dass du ja jetzt dauerhaft dafür gebumst wirst. Richtig. Ja, ja. Du wirst ja... Weil die erhalten mehr Kosten. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Hier geht's ja... Abgesehen davon, falls es so wäre, dass eben Zauberlevel 5 kommen und dann diese Trefferpunkte reichen würde. Ja. Weißt du? Das wäre dann natürlich nochmal was anderes, aber bis das kommt... Ja, gut. Ja, die haben's hier richtig auf Tash. Ja, nee, da hast du schon recht. Das ist auf jeden Fall so. Das ist ja dann echt doof. Also wie gesagt, bei mir ist es so, ich farm jetzt eh noch bis dreieinhalb. Und wenn ich bei dreieinhalb bin, nebenbei will ich jetzt nochmal ein bisschen was goldlos werden. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ähm, weil ich nämlich merke, ich werde wieder mehr angegriffen. Hier, wir gucken... Ja, genau. Wir gucken gleich nochmal in den Angriff von mir rein. Beziehungsweise in die Verteidigung. War richtig übel. Guck mal. Verteidigungslock. Und ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht irgendein Gegner. Guck's dir mal an. Ich geh mal auf Besuchen. Wir haben hier 146. Ja, ganz ehrlich. Also der hat eigentlich auf Tash. Ja? Eigentlich. So. Jetzt ziehlich... Geh mal kurz auf Info. Ja, okay. Kein Thema. Ist alles gar kein Thema. Wir haben noch Zeit. Dafür ist die Zeit da. Ich will nur wissen, ob das irgendwie so ein totaler Jemmerbob ist. Nee, nee. Hier. Da ist kein Jemmerbob. Loll. So. Jetzt kommt's. Und der hat so gegen die Wand gecaked, Alter. Zum Glück musste ich's nicht wegwischen. Und zwar, klar. Ich meine, er hat mir ordentlich die Alex gezogen. Logisch. Aber es geht mir ja darum, dass ich das ganz gechillte D-Alex save. Richtig geil. Also ich mach auch gleich mal schneller, weil... Ja gut. Für 500 hätte der eh nicht angegriffen. Der hat wegen was irgendeinem was anderem angegriffen. Sonst hätte er auch nicht die Hawks benutzt. So, guck mal. Also hier, ja, er hat schon mal ganz komisch meine CB locken wollen. Aber egal. Hin und her, hin und her. Und dann irgendwann, ja okay. Guck mal, da hat er über die Hälfte von seinem King verballert. Dann ist der King, bevor er überhaupt drin ist, ist er down. So, und jetzt kommt hier schön Schweine-Action. Die halten's natürlich eine Weile aus, ganz klar. Aber, äh, das ist einfach... Hier, jetzt kommt da meine Riesenbombe. Er ist aber gerade im Heal. Von daher hat er's schon gar nicht verkehrt gemacht. Also er greift wohl nur mit Schweinern. Und das guckst du dir mal bitte an. Ähm, hier auch. Mein King geht richtig gut böse ab und killt die ganzen schönen Leutchen. Und hier, schön, hier hatte ich nämlich noch Suchbomben, doch Suchbomben auch. Aber eben auch die ganz normalen. Äh, und die haben halt dann die Luckys kaputt geballert. Und er hat nichts, aber wirklich gar nichts von meinem Dunklen bekommen. Also keine Ahnung, was der jetzt genau geplant hat. Was mir vorhin passiert ist, muss ich mal ganz kurz erzählen. Weil ich war irgendwie so lange in meinem Dorf inaktiv, dass meine Minen alle voll waren. Ich hab, ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, dass ich nicht eingesammelt hab am Tag davor. Aber anscheinend war ich einfach den Tag dort, da einfach nicht ein Clash drin. Okay. Und da war alles voll. Und da hat mir einer einfach mal, hab ich einfach mal ein Minus-eine-Millionen-Rate. Schade. Ja, mich hat's, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gestört, weil das ganz gut hatte ich fast schon wieder raus, als ich die Sachen wieder eingesammelt hab. Aber ich hab gar nicht gecheckt, wie ich diesen Tag gar nicht online war. Ja. Ist voll an dir vorbeigegangen, ja. Ja, irgendwie schon. Ich geh jetzt einfach mal in einen Clan rein hier, mal gucken, was hier geht. Was gut ist. Hauen wir mal raus, wa? Weil der hat sich dann halt auch wirklich hier irgendwie Total Domination gegönnt. Ja klar, logisch. 27 Loons auf Level 6. Und dann hat er dich richtig weggepustet. Ja, rund 50 Prozent, aber trotzdem. Und wie gesagt, bei mir, wie gesagt, dreieinhalb, äh, Alex brauch ich ja. Und, äh, von, von daher sehe ich das ganz gechillt, dann hole ich mir die mit dem Haste-Spell. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich mittlerweile braucht man den auch nicht. Ich brauch den nicht. Weil, wie gesagt, mit der Queen, das läuft auch so. Ja, ja. Also, das find ich nicht weiter. Wenn, dann würde ich mir echt anscheinend von den, der einzige Spell, der sich lohnt zu upgraden, ist der Poison-Spell. Von den dunklen Zongern. Ja, aber wie gesagt, guck mal, sind wir mal ehrlich. Ich meine, klar, das wird jetzt wieder so eine Quatschrunde. Aber, sind wir mal ehrlich. Guck mal, du hast 95 DLX. Das ist eine Sache, wo du echt sagst, gut, damit kann ich leben. So, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte das upgraden, ja. Dann ist das einfach. Aber guck doch mal. Das ist doch irgendwann dann auch so eine Sache, dass du sagst, das lohnt sich nicht mehr. Guck mal. Ja, beim Erdbebenzauber auf jeden Fall. Wir haben hier einfach mal 15 mehr. Das heißt, 110. Digga, 15. Ja, aber es kostet ja schon 110. Und dann musst du dir auch überlegen, 110 musst du auch erstmal drin haben in der Täsch. Ja, gut. Ich muss gerade ganz kurz was sagen. Ich habe gerade meine erste Kanone auf Level 12 bekommen. Yeah. Auf 12. Yeah, läuft bei dir. Ich habe jetzt meine erste Kanone auf 12. Ich, ich schreibe gerade einem. Äh, ob ich, er fragt halt, ob ich länger bleibe. Und ich habe ihm geschrieben, guck, guck unter meinem Namen auf YouTube. Das erklärt alles. Ja, nee, also, ich weiß nicht. Es muss mal wieder was, was Neues. Also, wie gesagt, die Challenge, die wir jetzt gleich vorhaben, die wird garantiert wieder einiges ändern. Auf jeden Fall. Die wird, äh. Das wird wieder zeigen, dass ich der Boss bin. Achso, ja, genau. Du bist ja kleine Babo. Äh, glaube ich, aber allerdings nicht. Ähm. Ja, ansonsten läuft das. Also, das läuft wirklich gut. Also, und wie gesagt, ähm, auch mit diesem, oh, wird das nicht langweilig, die Mauern zu upgraden? Nein. Und auch mit den Helden. Das geht so geil. Echt. Ich habe mal noch einen. Also, um ehrlich zu sein, ist mir das echt zu langweilig, Mauern abzugraden. Oh, was? Warum? Wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, ich will mich nicht vor mein iPad hocken und einen Gegner suchen. Da bin ich offiziell zu faul für. Also, ich, ich, also doch, okay, manchmal farme ich. Manchmal farme ich und da bin ich wirklich drin. Aber guck mal hier, dann nimm dir doch einfach die kleine Dame, die ich ja, äh, heute auch in einem anderen Video gezeigt habe. Und die macht das für dich. Die regelt das für dich, Junge. Die regelt das einfach ganz easy. Und für 50 andere Leute auch. Also, ich meine, sowas geht ja natürlich auch. Man kann ja einfach mal sagen, Ebay, Farmbot und dann geht sowas. Aber ich meine, klar, dann ist es auch irgendwo so, dann ist einfach der Spielfaktor nicht mehr da, oder? Ja, ja, das stimmt schon. Also, hier, ich würde jetzt gerne das Dunkle. Ich würde gerne das Dunkle ziehen. Aber, ach kommt, Leute, ich probiere es. Ich werde so übel verkacken, weil ich ja keine Riesen und sowas habe. Ja, okay, das wird echt schwer. Ja, das wird nicht schwer. Das wird eigentlich so ein bisschen unmöglich. Aber gucken wir mal. Ja, immerhin schon mal. Einer hat getroffen. Ja, immerhin. Läuft bei mir. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Erzähl. Warum hast du sieben Poison Spells dabei? Die Frage wurde schon mal gestellt. Es ging einfach nicht darum, dass ich die benutze, sondern ich habe die einfach ausgebildet. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bei einem Angriff sieben Poison Spells raushaue, was totaler Blödsinn wäre, klar. Also, ich habe die einfach ausgebildet gehabt. Achso, okay. Ich brauche hier mal, glaube ich, einen Wut rein. Vollkommen Banane. Und wie gesagt, an alle anderen Abos und wie auch immer, probiert es nicht, Helden zu vergiften. Das läuft nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Immerhin, ein bisschen was kam ja. Aber nicht viel, aber... Was ich extrem lustig fand, ist, dass direkt nach dem Update mega viele Leute versucht haben zu blitzen. Also, bei mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir nicht. Bei mir schon. Okay. Und das ist natürlich dann übelst in die Hose gegangen, klar. Mhm. Also, übel ist noch sehr untertrieben, würde ich sagen. Naja, also, das ist, äh... Ja. Wie gesagt, ich bin halt so ein bisschen jetzt echt so am Farmen und am gucken, was man halt machen kann, wie man halt jetzt die Mauern noch relativ schnell hochzieht, wenn eben die Queen gerade pennt. Ansonsten würde ich halt mit der Queen weiter Alex, äh, DLX machen. Mhm. Ich gucke mal gerade, ob die hier... Nee, okay. Du bist wieder am Essen, oder? Hör ich das richtig? Na, wahrscheinlich wieder. Ja, wieder. Das erste Mal. Ich esse, glaube ich, gerade wirklich das erste Mal in einer Aufnahme. Okay. Aber bei mir darfst du das gerne tun, das ist gar kein Thema. Jaja, nicht, dass hier jetzt wieder Leute flamen. Nein, 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 nein. Nee, also, das sollte in Ordnung sein. Außerdem hört man das nicht so krass. Bei mir hat man's ja sogar gesehen. Ähm. Ja, also wie gesagt, Aufnahme wird gleich startet. Das wird so ein Hammer-Ding, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ähm. Ja, ansonsten seht ihr das halt eben mal wirklich, wie das hier so base-technisch halt ist. Wie der Angriff halt war. Ich gucke mal die anderen, das ist... Hier, ach komm, gucken wir hier auch mal rein. Der hat mir ganz schön viel abgezogen. Was hat denn... Ach nee, den hab ich angegriffen. Ich wollte, ich wollte grad sagen, äh, wie... Warum hat der mir so viel abgezogen, weißt du? Dann gucken wir mal in den... Nee, doch, Verteidigungs-Lok. Ja, hier, das ist halt einfach nichts, also... Ja. Also, und wie gesagt, da braucht mir dann auch keiner erzählen und sagen, äh, ja, deine Base ist kacke. Äh, ja, sieht man. Hier, da hat mir einer... Das dachte ich mir. Auch nicht schlecht. Siri sagt... Warum hat Siri einfach mit mir... Ja, hier ist Siegmann. Sehr geil. Warum sagt Siri einfach irgendeinen Scheiß, ey? Okay. Nicht schlecht. Ja. Naja, also wie gesagt, das hält... Die ist halt wirklich nur fürs Dunkle saven. Und dafür läuft die. Ja, ich bin auch grad... Mir ist grad so ein neues Video eingefallen, was ich, glaub ich, noch aufnehmen werde. Ähm, und zwar, was mir so aufgefallen ist, was dir wahrscheinlich auch früher so ergangen ist, wenn man sich früher so gedacht hat, alter Scheiße, 180.000 Gold, wie soll ich die zusammenkriegen? Ja. Klar. Kanntest du das? Natürlich. Auf jeden Fall, oder? Ja, klar, logisch. Genau. Ich hab das ja auch mit dem zweiten Count dann einfach gesehen, dass ich das viel, viel leichter gestartet hab, halt. Also, dass es einfach passt. Also, ich hab mir einfach Kobis gebaut und fertig. Und hab da einfach nur rumgerotzt. Ich hatte natürlich noch das Glück, dass ich wirklich bis Town Hall 7 halt wirklich noch blitzen konnte. War natürlich ein großer Vorteil, dass man sich echt das DLX noch wegblitzen konnte. Das müsste man wirklich so in den größeren Bereichen dann halt einfach runterschrauben können. Und im unteren Bereich, dass man halt noch blitzen hätte können. Aber gut, so ist es halt. Also, für mich passt's perfekt. Also, dass man es jetzt nicht mehr machen kann. Mhm. Auf jeden Fall cool. Ja, seh ich aber genauso, weil es hat einfach richtig abgefuckt. Ich überlege jetzt, was ich noch machen könnte. Aber an der Base lass ich's alles so. Ja, das passt. Ich guck mal, was die hier, was die hier so, ob die vielleicht eine coole Verteidigung oder sowas. Naja, so gut war der nicht. Nee, den hätte ich auch nicht. Nee, schade. Ich hab mir jetzt gedacht, dass hier noch ordentlich was passiert. Aber das sieht nicht so aus. Nee. Aber wie gesagt, wir bereiten uns fürs nächste Video vor. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ihr es mal so ein bisschen aus der anderen Richtung, aus der anderen Perspektive gesehen habt. Wie wir halt eben ganz normal miteinander talken. Und dann würde ich sagen, haut ihr mal rein, wa? Und du hast das Schlusswort. Jo. Ich würde einfach sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst mir immer eine Positivierung da. Abonniert den lieben Guzer. Schaut auch bei mir vorbei. Richtig Abo geil. Aber egal. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der Challenge. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.